Schönen guten Abend. Wir zaubern euch heute die nächste AIDA-Show in euer Wohnzimmer. Avona dir. Und wenn ihr das so rückwärts liest, dann heißt das AIDA Nova. Und genau das ist es, nämlich die Exklusiv-Show von AIDA Nova. Bezaubernde Bilder, großartige Kostüme, fantastische Künstler. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. AIDA Nova 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 AIDA Nova